Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal bzw. dieser Playlist, wo es ja rund um die Themen Herrendüfte gehen soll. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe einen Instagram-Account, der sich nur dem Thema Duft widmet. Im Moment finden wir da Parfüms vor, aber ich möchte diesen Kanal gerne erweitern in Form von Duftkerzen, Raumerfrischung und so weiter und so fort. Also seid gespannt und ihr seid recht herzlich eingeladen, mich bei Instagram unter meinem Account TKsSend zu besuchen. Also natürlich freue ich mich auch über jeden Like bzw. jeden Follow von euch. Aber kommen wir zurück zum YouTube und dem heutigen Video, was ich für euch vorbereitet habe. Weil es ist nicht ein Duft-Review, nein, es ist eine Art Empfehlung für alle, die etwas unentschlossen sind, sollte es um Düfte gehen. Durch ein wenig Recherche im Internet bin ich auf eine Firma aufmerksam geworden, die erstmal Düfte anbietet zum Testen, bevor ihr euch die richtige, die originale, große Größe eines Duftes bestellt. Die Rede ist von Unico und zwar ist es ein, wie ich finde, ein gutes oder geniales Konzept, was dahinter steckt. Ihr bekommt die Möglichkeit, Unico hat sich auf die Nischendüfte spezialisiert, das heißt Düfte, die im hochpreisigeren Segment angesetzt sind. Und diese bieten sie euch erstmal für einen Test an. Ihr habt die Möglichkeit, dort auch ein Abo abzuschließen von 3, 6 und 12 Monaten, wo ihr jeden Monat den Duft, den ihr euch aussucht, kostenlos nach Hause geliefert bekommt. Aber wie funktioniert jetzt der ganze Service? Ihr bekommt mit eurer ersten Bestellung von Unico quasi einen kleinen Taschenzerstolper geliefert. Dieser ist quasi die Grundlage für die weiteren Düfte, für die Düfte, für die ihr euch entscheidet. Wenn ihr euch jetzt für einen Duft entschieden habt, wir haben weit über 250 verschiedene Düfte zur Auswahl und einen exklusiven bzw. einen wunderbaren, ich habe ihn vorhin gerade nochmal ausprobiert, Filter. Falls ihr noch nicht wisst, in welche Richtung euer Parfüm gehen soll, sind leichte, ganz wenig Fragen, die ihr einfach so beantworten könnt. Und euch wird schon mal eine grobe Auswahl an Düften präsentiert, für die ihr euch einfach nur entscheiden müsst. Aber sollte das immer noch nicht ausreichen, vielen Dank an Regina. Sie hatte mich persönlich gut beraten. Ich habe mir drei Düfte aussuchen dürfen. Zwei hatte ich schon in der engeren Auswahl. Und die dritte, ja der dritte Duft, da hat mich Regina beraten. Und ich denke, das war eine gute Beratung, weil sie hat genau den, ja, Duft für mich rausgesucht, der mir am besten entspricht. Habt ihr euch dann nun für einen Duft entschieden, kommt dieser in einem hochwertigen Sandbeutelchen zu euch nach Hause. Natürlich ist die Lieferung kostenlos. Und ihr findet quasi eine Abfüllung des euch gewünschten Parfüms hier in dieser hochwertigen Flasche, beziehungsweise diesen Flakon. Dieser ist immer um die 8 Milliliter und reicht, wie, ja, es kommt natürlich auf euer Sprühverhalten an. Allerdings wissen wir ja, bei Nischendüften bedarf es weniger Sprühstöße, um den ganzen Tag eigentlich lang anhaltenden Duft vorzufinden. Diese 8 Milliliter kommen, wie gesagt, zu euch nach Hause kostenfrei geliefert. Und ich hatte mich hier für Creed Aventus entschieden. Diese Flasche packen wir jetzt in diese Art Tasche zur Stolpe und könnten jetzt direkt lossprühen. Sollten wir genug haben, drehen wir einfach hier unten. Und der Sprühkopf ist verschwunden. Ich kann ihn nicht runterdrücken. Das heißt, er ist sicher und kann überall mit ihm hingenommen werden, beziehungsweise ist überall sicher verstaut. Ob es in eurer Hemdtasche ist, in eurer Sakkotasche, nehmt ihn mit auf Reisen, wenn ihr euch frisch fühlen wollt und euer Duft überall auftragen wollt. Ich bin von dem Konzept begeistert, denn wer will schon aus Blinde hinaus sich einen Duft vielleicht sogar in 100 Milliliter bestellen, der weit über 100, 150, 200 oder noch höher preisiger angesetzt ist. Über 250 Euro für einen Duft, den ihr vielleicht noch nicht gerochen habt oder nur vom Hörensagen kennt. Aber es ist nicht einfach nur der Taschen zur Stolpe bzw. die Flasche selber. Nein, ihr bekommt auch noch zu jeder Bestellung natürlich eine Informationskarte mit den Inhaltsstoffen auf der Rückseite bzw. wie der Duft zusammengesetzt ist, um alle nötigen Informationen zu erhalten. Wenn ihr euch später entscheiden solltet, doch die richtige, die Originalgröße von zum Beispiel 100 Milliliter zu bestellen, die es natürlich, wie soll das auch anders sein, gleich in dem Shop zu bestellen ist. Also ein wunderbares Konzept, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, beziehungsweise mal einen neueren, einen hochwertigen Duft euch aussuchen wollt. Testet ihn erst, nutzt ihn und wenn ihr dann von diesem Duft überzeugt seid, bestellt euch die Original, die große Größe und ihr seid für eine lange Zeit erstmal gut versorgt. Ich kann euch die Webseite bzw. den Service von Unico nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr mal in die Welt der Nischendüfte eintreten wollt. So und das soll es auch von mir für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und freue mich euch das nächste Mal wieder hier auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Bis dahin, beste Grüße, euer TK. Bis dahin, beste Grüße, euer TK.